Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush. Ich hoffe ihr habt Bock drauf, wenn ja, dann gebt am Ende des Videos eine Bewertung ab, das freut mich dann nämlich sehr. Und schreibt weiterhin Vorschläge in die Kommentare. Mein Gegner heute ist der Benni. Hallo. Und der HyroGamerNiko hat geschrieben, mach bitte Infinity vs. Invisible und das haben wir auch tatsächlich hier vorbereitet. Allerdings möchte ich kurz einen kleinen Hinweis hingeben. Ich habe mit Benni noch das Modpack geupdatet. Wir haben jetzt die Crystal Lucky Blocks drin. Wir haben wieder, also die waren eine Zeit lang nicht drin, die Basti Lucky Blocks. Jetzt sind noch mit dabei die Candy Lucky Blocks. Die Plurals sind wieder mit drin mit der neuen Version. Phönix sind auch wieder mit drin. Das heißt wir haben wieder richtig viel neuen Stoff und ich bin dafür Leute. Also ja, wenn ihr Bock habt, dass wir das hier vielleicht morgen spielen in der Folge, dann macht mal die Abstimmung. Wir drücken jetzt in 3, 2, 1 und ich habe die Invisible, du hast die Infinity und das gibt nicht ein bombastisches Battle. Ich gehe kurz Game Out 3, um meinen Zuschauern die Wolle zu zeigen. Zack, 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 zack. Da geht es hier da, dann muss man hier hin und dann muss man von da und dann da und dann hier und dann da und dann da. Ach Gott. So, ich habe es hoffentlich so gesagt, dass es Benni nicht verstanden hat. So, wir legen los. Klingt zumindest kompliziert. Moment, ich muss mir einen Stack davon geben. So, und jetzt können wir loslegen. So, okay, was passiert? Was, was, oh, oh, nein, 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 mein Todeswunsch. Nein, oh, guck mal hier. Ich wünsche mir den Tod doch gar nicht. Oh Gott. Wir sind voll gemein. Ach, Quatsch. So, äh, Placeholder, okay. Ähm, das geht nicht kaputt, das finde ich gut, deswegen überholt ich es dann. Oder ist das Unbreakable? Ja, ist es gut. Hä, es regnet Gold, es regnet Gold, es regnet Gold. Oh mein Gott. Ich muss gerade sagen, also wegen dem Let's Play von Gamers Time, der spielt ja momentan Gold Rush the Game, habe ich jetzt auf Amazon, habe ich mir die, ähm, die Serie Goldrausch in Alaska gekauft, die erste Staffel und es macht es so süchtig, gell? Es macht es so süchtig. Also kann ich einfach nur empfehlen, hat glaube ich 15 Euro gekostet auf Amazon und ich liebe die Serie. Kennst du die? Ich kenne sie, habe sie aber noch nie gesehen. Alter, was sind das hier für Äpfel? Oh, okay. Oh, okay, weg, weg. Ah, hä, ich brenne einfach so, aus Spaß. Aus Spaß, okay. Hab einfach Bock zu brennen, weißt du? Oh, ein Fortune Sword. Ah! Warte, nein, 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 Slash, weg, zwei. Holy Moly. Nein, mein Zeug ist inverted. Ich mach gerade keine Ahnung. Bei mir ist alles inverted, ich lauf nach rechts, obwohl ich nach, äh, ja, egal, ich töte mich jetzt einfach. Oh, Mann! Okay, jetzt bin ich tot, jetzt kann ich aufhören zu schreien, so. Alter, willst du mich verarschen, Slash, Game Mode 1. Ähm, ich muss ganz kurz meine Base wiederherstellen, mit World Edits. Das war ja so klar, dass bei mir wieder alles abgebaut wird, so, und, Set, Bad Rock. So, Leute, genau so baut man eine Base. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst und gelernt, Game Mode 0. So, Mann, 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 hier, uh, okay, 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 hey, damit kann ich, denke ich, mal gut abholen und später. Nein, 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 nein. Ja, geil, ich sehe, ich sehe nicht, was da steht, ich sehe, ich kann es nicht, einfach nicht sehen, egal, das ist auf jeden Fall irgendwas, Freunde, aber ich kann noch nicht sagen, was. Ähm, ich sollte vielleicht mal einen Rucksack jetzt so langsam benutzen, gucken wir einfach mal, äh, die hier behalten wir mal, ähm, brauchen wir nicht wirklich eigentlich. Mach mal das da mal rein, das da, das behalten wir mal, das da, das da, das da, das da, hast du krassens da? Aber, ne, bis jetzt noch nicht. Okay, finde ich gut, um ehrlich zu sein. Nicht nicht. Macht mich schon ziemlich traurig. Ja, Standard hat das letzte Mal mit denen, glaube ich, äh, was, oh, was krasses zum Fliegen bekommen, deswegen hoffe ich, dass du das nicht bekommst. Was ist das? Ah, Fire Resistance, okay. Oh, Alter, ich kriege hier voll viele Placeholder, äh, lol, ne Pyramide, äh, lol, äh, oh, was ist da drin? Frozen, oh, ich kann jetzt einen auf Elsa machen, cool. Let it go, let it go, can't hold it back anymore, let it go. Kennst du das, Benni? Ich kenn's denn besser gesungen. Was? Das war schön gesungen, Mann. Benni, ne. Ja, war wunderschön. So, okay, ähm. Ich mach da mal kurz weg, zwei. Ja, ja, mach ruhig. Das brauch ich nicht. Äh, die hab ich ja, glaube ich, schon, of Awesomeness. Wir gucken nur mal, ob die besser ist. Äh, ich kann's nicht herausfinden, ob die besser ist, weil alles verdeckt ist. Und, was, was macht die hier eigentlich so genau? Warte mal. Ne, die gibt mir sogar weniger Rüstung, werfe ich sie weg, so. Okay, 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 das war, das war einfach gut, das, weißt du, ey, oh, 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 slash, äh, was ist jetzt, äh, irgendwas ist passiert. Oh, nein, Alter, ohne Scheiß, so viel Glück kann man nicht haben. Oh Gott. Ja, Benni, ähm, ist, ich muss schon mal sagen, es tut mir so leid, es tut mir so dermaßen leid. So, ähm, hab ich die Spitzhacke noch? Ich sterbe nur. Da ist die Spitzhacke. Das ist doch das. Ja, allerdings habe ich ein Problem. Und zwar habe ich keine Werkbank und daher... Ach, komm schon. Trinkt mir das ja eigentlich nichts. Mann! Ne, Werkbank hätte ich auch gern. Irgendwo... Na, ich habe jetzt... Irgendwo hier verbirgt sich Illuminati-Zeug, das weiß ich. Oh Gott. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da war. Hier irgendwo. Also ich hätte genug da... Ist das? Oh Mann, Leute, dafür habe ich keine Zeit. Und dann passiert sowas. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, oder vielleicht war es doch schlecht. Ich kriege Schuhe, die mich umbringen, okay. Schuhe, die dich umbringen? Ja, wenn du sie an hast. Oh Mann. Oh Mann. Ja! Okay, gut. Mach mal das mal weg. Gut, der Rest hat sich halt weggesprengt, leider. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist absolut nicht schlimm, Freunde. So. Loll! Alter! Benni! Komm schon, ich brauche auch geil Stuff. Ey, das gibt es nicht, verdammt. Äh. Ach was. Okay, ne, die brauche ich nicht. Ey, es gibt es nicht. Ohne Scheiß. Ich habe gerade das halbe Ding in die Luft gejagt. Und bekomm es danach direkt nochmal. Wo das wertvolle Zeug drin sein soll. Perfekt. Oh Mann, komm. Äh. Bist du hier? Nö. Hä, das hast du dir so angehört. Oh Mann. Oh Leute, ich will jetzt nicht die ganze Folge damit verbringen, das Zeug jetzt zu durchsuchen. Schuhe wären halt schon noch geil. Alter, ohne Wiss, da wirst du nicht fertig. Oh Gott. Weißt du, es sind 1000 Hopper. Und irgendwo ist was drin. Ja. Oh Gott. Also zwei, eine, zwei, eine Sache, eine Sache konnte ich bergen. Oh Gott. Aber jetzt habe ich keinen Nerv mehr. Mann, kann ich irgendwo noch irgendwas drin sein? Bitte. Oh, ha, ha. Oh mein Gott. Ich sollte die Verstecke mir auswendig lernen üben. Oh Gott. Okay, ich habe das, was ich wollte. Eine Hose wäre jetzt vielleicht noch nicht schlecht. Alter, okay. Das war nicht geplant, oder? Ja. Ich habe leider absolut keine geile Rüstung. Ja, es ist halt jetzt ein bisschen chaotisch. Aber, das ist bei mir sowieso immer. So. Wir machen das Ganze da jetzt mal rein. Ich denke, dass ich es auch so schaffe, zu überleben. Von daher, das, was ich absolut nicht benutzen will, mache ich jetzt mal hier rein. Das da, das da. Ach komm, da verzichten wir jetzt einfach mal drauf, würde ich sagen, Freunde. Wir machen, na gut. Das wäre halt irgendwie, oh, wir nehmen jetzt einfach, ah, das gibt halt noch Effekte drauf. So, dieses Schwert. Äh, wo ist Benni? Ah, da hinten. Ich komme bei mir noch drüben. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Absolut nicht. Absolut nicht, okay. Gut, warum nicht? Weil die Infektionen eigentlich nicht... Weil ich absolut keinen geilen Stuff bekommen habe. Äh, also ich habe geilen Stuff bekommen. Und dann werde ich dir gleich mal... Ih, Fräserrahmen, lieber Benni. Das war jetzt nett aus, dass du... Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. So. Komm mal. Ich bin relativ schnell. Ja, das ist doch Lucky Bomb. Auch explodiert, Alter. Scheiße, ey, meine Nase juckt. Oh Gott. Oh Gott, meine Nase schnucken. Äh, nein. Äh, okay, warte. Zack. Hi. Oh Gott. Nice. Habe ich nur Knockback? Muss ich rausfinden? Ja, ich habe nur Knockback, das ist gut. So, dann gehen wir erstmal hier nachgucken. Ich kann dich wahrscheinlich auch nicht töten, oder? Das nehme ich mal als Nein auf. Alter. Ohne Witz. Das, äh, wundert mich jetzt ein bisschen. Dass das so ein bisschen so krass abgeht. Vor allem, da hast du den Move gesehen mit dem Ender Dragon. Ja. War geil, ne? Sehr geil. Huch. Hä? Wo bist du? Bei dir. Rüber geflogen? Nein, nicht rüber geflogen, rüber teleportiert. Echt? Ja. Hättest du so gut Enderperlen werfen können, das hätte ich nicht gedacht. War glücklich, ich habe nur einige Wochen abgetroffen. Was? Ja. Holy shit. Okay, warte mal, wie lange hält das? Hätte ich auch nicht gedacht. Muss ich erstmal die Lage checken. Oh Mann, da steht keine Zeit. Aber, das hilft mir, denke ich mal, jetzt. Hier, bei der Suche nach deiner Wolle. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, du gehst mir jetzt die ganze Zeit auf den Keks. Schade. Nee. Ich habe nämlich keine Chance gegen dich, das ist das Problem. Ich habe trotzdem gehofft, dass du mir auf den Keks gehst. Wäre, denke ich mal, besser gewesen. Oh Mann. Warum hast du deine Kackwolle versteckt? Was ist denn immer noch? Ich verstehe es nicht. Welche Frage zurück? Meine ist gut versteckt? Ist deine auch wirklich so gut versteckt? Geht. Weil ich habe gerade absolut null Ahnung, wo es sein könnte. Und ich kann auch fliegen gerade. Was, du kannst fliegen? Ja, ja. Ich habe mir gerade Potion eingeworfen, um besser deine Wolle zu finden. Aber ich finde sie nicht. Okay. Hä? Kann ich mir den auffliegen? Okay, ich kann mega hochspringen. Ich hätte jetzt fast drauf gewettet, dass... Ich habe deine Wolle. WTF? Und wo ist deine? Oder? Wißt du das? Ja, war so. Mann. Ja. Alter, jetzt stehe ich voll unter Druck. Niemals. Okay. Oh lol, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Oh Gott, das ist... Komm! Oh Gott. Baustelle ab! Und... Ja, sie ist abgebaut. Oh Gott. So. Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich fliegen kann. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass du meine Wolle findest. Sie war eigentlich gut versteckt, oder? Die war mega gut versteckt, aber ich habe sie gesehen unten im Eck, weil ich habe Speed und dadurch habe ich sie breiter gesehen. Oh, voll der Hacker. Ja, wie kommst du jetzt wieder rüber? Mit Enderperlen, aber ich will, glaube ich, nicht rüber. Ich weiß es nicht. Ja. Oh. So, ich öffne noch meine letzten Blöcke. Vielleicht kriege ich irgendein cooles Ding, mit dem ich dich töten kann. Ähm. Oh, was ist das? Finde ich jetzt echt. Oh lol. Wenn ich was finde in deinen Hoppern, gehört es dann mir? Was hast du? Nix. Den Bogen oder das Schwert? Kein Simbiden. Hä? Oh lol. Ich glaube, das lohnt sich doch immer bei dir genauer kurz drüber zu gucken. Was hast du? Das wirst du gleich sehen. Aber es tut mir vielleicht, es hilft mir extrem. Achso, du hast die Illuminati Chessblade. Korrekt. Ich habe so einen scheiß Launch-Effekt. Und ich habe das Schwert. Okay. Hä? Hast du die Illuminati? Oh Gott, du bist da. Oh Gott. Nein, nein, nein. Fliegst du? Nein, 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 nein. Nein, nein. Wo bist du? Ich kleide. Nein. Ich kleide davon. Was hast du für Rüstung? Oh lol. Alter, 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 alter. Zack. Nein. So, erledigt. Oh Mann ey. Schade. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du meine Wolle so schnell findest. Aber okay. War aber fast nur Glück. Ja, war glaube ich echt nur Glück. Okay Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Ich spiele auch noch ganz viele andere Spiele. Unter anderem South Park. Ich denke, das wird einigen von euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.